Servus Leute, hier ist wieder der Boompower und herzlich willkommen zu diesem kleinen Vlog wieder hier über die Webcam. Im Hintergrund gibt es bereits wiederzusehen Gran Turismo 5, ich werde da auch gleich weiterspielen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal daran erinnern, dass es ja ein Wochenendprogramm gibt. Seit Montag gibt es ja, oder Dienstag? Ja, gestern kam Part 4, das heißt Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, ja seit Dienstag gibt es ja regelmäßig Videos. Heute gibt es einfach noch mal diesen Vlog, um noch mal daran zu erinnern, Wochenendplan, unter der Woche Plan sozusagen. Das heißt unter der Woche gibt es City Skylines und mal gucken, ich werde wahrscheinlich GTA dann noch parallel machen. Und am Wochenende gibt es ja ab nächsten Wochenende die Total Wars, eine Stunde lang, beziehungsweise nächstes Wochenende gibt es erst mal ein Tutorial. Genau, so war das. Ein Tutorial bezüglich, ja wie man noch mal diesen Mod da installiert. Ich werde mir jetzt dann, äh, ich werde jetzt dann gleich hier den, ne ich muss ja nichts rendern. Doch, das Ding hier muss ich ja rendern, genau. Genau, parallel kann ich aber schon mal Napoleon Total War runterladen, um das dann schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und, ich werde dann auch für morgen gleich, ähm, ne, ja, Ersatzfolge bringen, von was? Ich hätte jetzt einfach mal an GTA Online gedacht, ganz normal. Wird zwar wieder keiner dabei sein, aber man wird ja sehen, es ist ja nur ersatzmäßig. Sollte demnächst am Wochenende irgendwas nicht kommen, äh, werde ich das auf Twitter nochmal schreiben. Das heißt, Twitter ist jetzt in der Hinsicht sogar mal interessant zu haben. Und, ja, ansonsten, wundert euch nicht, dann habe ich halt mal was fürs Wochenende nicht vorbereitet. Weil, so Vlogs, ich weiß nicht, es klingt immer Vlogs vor allem, so Vlogs, eigentlich muss man es Vlogs nennen, ne? So Vlogs, die, ne, ich weiß nicht, mal geht's, mal nicht. Sowas habe ich jetzt halt für Informationszwecken mal wieder genutzt. Aber ansonsten, ich meine, meine Woche sieht nicht spektakulär aus. Und ab 17. August bin ich dann eh im Praktikum für drei Monate. Das heißt, dann ist eh nochmal die Zeit ein bisschen begrenzt. Ja, meine unendliche Zeit als Abiturient geht dann doch langsam zur Neige. Okay, schade, schade, aber so soll es sein, während ihr alle in Bayern Sommerferien genießt. Ja, aber die hatte ich jetzt acht Wochen oder so, oder sogar eigentlich noch viel länger. Aber gut. Ja, an dieser Stelle nur nochmal gesagt, das ist das Video für heute. Morgen wird es GTA Online geben und am Montag geht es erstmal ganz normal mit dem Wochenplan weiter. Und, ja, sollte es mal am Wochenende nichts geben, nicht vergessen, Wochenendplan gibt es. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich sonntags immer dann das Total War bringe. Und Samstag, ja, muss man dann mal schauen, da ist dann irgendwas Spezielles dann dabei. Vielleicht werde ich ja auch noch so eine Retro-Serie machen, keine Ahnung. So Spiele, die meine Kindheit geprägt haben, ja, da kommt dann auf jeden Fall auch ein Pokémon-Let's Play. Äh, ja. Aber ansonsten, ich werde es ja auch nicht schneiden hier. Das ist Alice-Aden-Cut. Ich habe es relativ zeitnah gestartet, das heißt, es ist auch nicht länger als vier Minuten. Kann man sich mal reinziehen, ist jetzt nichts Neues für die, die eigentlich aufpassen. Außer vielleicht mit der Retro-Serie. Gut. Das war es aber schon wieder. Freut euch auf morgen, beziehungsweise auf Montag oder auf nächste Woche oder was auch immer. Freut euch auf jeden Fall auf Videos, wenn ihr es wollt. Und ansonsten, ciao. Bis zum nächsten Video. Das Ganze hier hat jetzt keine Endcard. Tschüss.